Sitzt du gerade dabei, deinen Pitch Deck zu erstellen? Für Investoren, für die Höhle der Löwen oder eine andere Veranstaltung? Nun, dann bist du heute hier herzlich willkommen beim Thema Tutorial für ein Pitch Deck. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir begleiten jedes Jahr eine dreistellige Anzahl von Unternehmen und Gründern dabei, auch ihre Finanzierungskonzepte, auch ihre Pitch Decks zu erstellen, um vorzusprechen für Kapital, für Fremdmittel, die sie erhalten, um dann die Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und meine Aufgabe wird es heute sein, dass ich dich so ein bisschen da durchführe, dich dabei zu begleiten und einen Leitfaden zu geben, mit dem du deinen Pitch Deck erstellen sollst. Das Wichtigste aber zuvor ist, dass du dir Gedanken machst, was ist der Zweck, was ist die Absicht, was genau musst du rüberbringen und hier geht es sicherlich auch um die Inhalte, die ich dir gleich darbringen werde, aber es geht noch um etwas ganz anderes. Es geht nämlich darum, dass während du vorne stehst und dein Pitch Deck performst, deshalb hier auch Punkt Nummer 9 zum Schluss, die Performance-Regeln. Es geht letztendlich darum, dass genau wie bei einer Bank überprüft wird, ist einerseits die Geschäftsidee tragfähig, kriege ich als Bank das Geld zurück, aber auf der anderen Seite wird auch geguckt, ist eine Kreditwürdigkeit, ist eine Unternehmerfähigkeit gegeben, bei dir als Person. Das heißt also, erst in zweiter Linie verkaufst du dein Geschäftsmodell. Erst in zweiter Linie überzeugst du die Investoren, dass sie ihr Geld zurückbekommen oder enorme Wertsteigerungen haben, wenn sie letztendlich Shareholder, also Anteilshaber sind. Nein, primär geht es darum, dass du dich verkaufst. Denn der Fisch, der stinkt immer vom Kopf zuerst und du, du bist der Kopf deines Unternehmens, deines Projekts, deines Vorhabens und dein Pitch Deck. Nun, das ist einer der ersten Früchte, die du dann zeigst, wovon dann die Zuhörer ableiten, ob du in den nächsten Jahren ein solides Unternehmen aufbauen und führen kannst. Schauen wir nun rein in das Tutorial. Schauen wir nun rein in den ersten Punkt. Hier geht es darum, dass du eröffnest mit einer Kurzbeschreibung. Also bitte fang nicht an. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Und ich freue mich und ich bedanke mich, dass ich hier sprechen darf. Nein, hier ist deine Aufgabe, wie bei einer guten Rede, ein Opener vorzubereiten. Einen Satz, den du auswendig gelernt hast. Vielleicht sogar schon ein Claim, ein Motto, ein Slogan. Wie? Audi? Vorsprung durch Technik. Das ist deine Aufgabe, zu Beginn eine Kurzbeschreibung deines Unternehmens zu finden, einen kurzen Pitch im Pitch, wo der Zuhörer sofort weiß, ah, darum geht es. Oh, das ist der Nutzen. Mensch, das habe ich verstanden. Denn hiermit zeigst du, dass die sogenannte Küchenzurufprobe bestanden ist. Küchenzurufprobe bedeutet, dass du deine Geschäftsidee aus der Küche jemandem erzählst, der aus dem Wohnzimmer dich fragt, hey, was machst du? Und du sagst, hey, Audi? Na, Vorsprung durch Technik. Dafür stehen wir. Das ist also der erste Punkt. Kurzbeschreibung deiner Geschäftsidee. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Beim zweiten Punkt geht es darum, was genau ist dein Produkt? Oder deine Leistung, deine Dienstleistung, dein Service? Das heißt also, hier gilt es zu überzeugen, was du anbietest, was letztendlich die Probleme deiner Kunden löst. Also die Fragestellung, wo ist der Kunde, welches Problem hat er und wie machst du, dass dieses Problem gelöst wird? Dahinter liegt die Fragestellung, was haben andere Menschen davon, dass es deine Geschäftsidee, dein Geschäftsmodell, dein Leistungsangebot gibt? Hier macht es natürlich Sinn, das Ganze nicht aufwendig zu erklären mit 47 Studien, 500 Fragebögen, sondern vielleicht ist es hier angebracht, eine Story zu entwickeln, eine Fallbeginnette, also ein Fallbeispiel oder mehrere Fallbeispiele zu erzeugen. Zum Beispiel würde ich dann nicht sagen, dass ich ein neues Fitnessstudio habe mit den tollsten Cardio-Geräten, dann aber eine Analyse, ein Fettmessgerät. Nein, du erzählst die Geschichte von Michael, von den vielen Michaels, die morgens aufstehen und Knieschmerzen haben, die Probleme haben, in ihre Klamotten reinzugekommen. Die Waage hat schon längst den Geist aufgegeben und die Nachbarskinder lachen genauso auf dem Weg zur Arbeit Michael aus wie seine Kollegen. Die Traumfrau, die im Nebenzimmer sitzt, die traut sich Michael gar nicht anzusprechen aufgrund seines Übergewichts. Und auch das an den Strandlegen im Sommer und den Sommerurlaub im Süden hat er längst beiseite gelegt, seit dem letztes Mal Greenpeace gekommen ist und ihn versucht hat, zurück ins Wasser zu schieben. Unser Produkt hat sich auf Michael spezialisiert, denn wir helfen Michael nicht nur, sein Wunsch und Traumgewicht zu bekommen, sondern nachhaltig mit unserer App und mit unseren FIAL-Systemen und den digitalen Produkten auch zu halten. Denn es geht nicht darum, nicht nur gesund zu werden, sondern auch zu bleiben. Also baue eine kleine Geschichte auf rund um das Thema, um dein Leistungsangebot, um das Problem. Und wenn du sogar schaffst, Alleinstellungsmerkmale, wo ich dir raten würde, einzubauen, auch hier schon zu verdeutlichen, dann hast du den Punkt 2 gewonnen. Denn auch hier will der Investor, der Finanzierer nicht gewissen, dass du ein gutes Produkt entwickelt hast, sondern deine Aufgabe wird es auch sein, die Firma immer wieder neu zu erfinden. Du siehst, die Unternehmen wie Apple und Co. abhängig davon sind, dass es einen Menschen, einen Visionär gibt, der die Firma schneller überholt, seine eigene Firma schneller überholt und erneuert, als es die Mitbewerber tun. Produkt und Nutzen in einer Story ist Punkt Nummer 2. Beim dritten Punkt, da geht es nun um den Avatar, das heißt also den Stereotypen, die Persona, den idealen Kunden, so wie du ihn wünschst und der auch mehrheitlich später bei dir dann Kunde sein wird. Also wie alt ist er, ist er männlich, ist er weiblich, hat er viel Geld, ist er wenig Geld, lebt er in der Stadt oder auf dem Land, ist es jemand, den Hoch- oder Mittel- oder Tiefstatus hat. Also hier ist deine Aufgabe, schon so eine kurze Beschreibung auch zu geben, wer er ist und vor allen Dingen, wie viele es davon gibt, die du erreichen kannst. Also wie groß ist dein Markt? Denn hier macht es auch Sinn für Investoren, die in der Regel schon auch zahlenorientiert sind, den zu sagen, ist das ein Million, ist das ein Milliardenmarkt, ist es national, ist es der europäische Markt oder der weltweite Markt. Also hier gute Marktanalyse kurz darzustellen und dann natürlich auch aufzuzeigen, wie viele Fischer sind da schon unterwegs. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn du vorne beim Pitch dann sagst, ja, wir sind die Ersten und die Einzigen. Nun, und du bist mit deinem Pitch noch gar nicht fertig und die ersten Investoren haben gegoogelt und drei Mitbewerber in Europa und USA und in Asien schon ausfindig gemacht. Dann ist deine Glaubwürdigkeit vorbei. Mache dir also Gedanken genau darüber, wen du erreichen willst, wie du die erreichen willst und welche Mitbewerber schon vor dir auf dem Markt sind oder vielleicht sich auch gerade darauf vorbereiten, deinem Markt zu erschließen. Ich nehme auch ganz stark an, dass du keine gemeinnützige Non-Profit-Organisation aufbauen willst, sondern ein, nun, nicht nur tragfähiges Unternehmen, sondern auch ein rentables. Und du kannst dir sicher sein, nun, dass die meisten Investoren auch daran interessiert sind, dass dein Unternehmen nicht nur sich selbst trägt, sondern Gewinne abwirft, im Wert steigt und dadurch aus 100.000 Euro vielleicht eine Million oder eine Milliarde Unternehmenswert irgendwann herauskommt. Deshalb ist hier beim vierten Punkt deine Aufgabe, das Geschäftsmodell abzubilden. Also das heißt, wie willst du Geld verdienen? Über welche Wege? Welche Kanäle? Was sind da die Schlüsselkanäle oder die Schlüsselleistung und welche Werte, welche Deckungsbeiträge vielleicht kannst du erzielen? Wenn du einen Umsatz machst von 100 oder von 1.000 Euro, ist das völlig egal, wenn der Deckungsbeitrag immer unter einem Prozent liegt. Das heißt, hier kurz aufzuteiligen, was sind die Wertentwicklungen, die du generierst? Wie ist dein Geschäftsmodell aufgebaut? Und zum Schluss vor allen Dingen, wie kannst du das skalieren? Denn wenn du Dienstleister bist, der als Fitnesstrainer tätig ist und du hast nur dich als Fitnesstrainer, nun, das wird schwer sein, dass du dich skalierst. Wenn du über eine App, ein digitales Produkt aufbaust und das nicht nur bei der Produktion in Deutsch machst, sondern vielleicht sogar in Englisch, nun, dann kannst du weltweit skalieren. Und das ist deine Aufgabe hier, im Geschäftsmodell das genau abzubilden. Wie durchläuft der Kunde deine Leistung? Welche Einstiegsprodukte gibt es? Welche Upsells, Cross-Sales? Welche Werteschöpfungsketten und Modelle hast du? Und vor allen Dingen, was bleibt auch unten hängen? Und wie kannst du das weltweit ausrollen? Das ist das, was der Investor hier wissen will. Nun, beim fünften Punkt, Traction, Traktion zu Deutsch. Hier geht es darum, dass du einen kurzen Ist-Stand gibst. Was hast du bisher schon erreicht? Und was sind die nächsten Ziele? Also die klassische Roadmap ist hier gefragt mit den entsprechenden Teilzielen, Milestones, Etappenziele. Und vor allen Dingen, verbunden natürlich mit den Kennzahlen. Deine Aufgabe ist es also, hier herauszufinden, ist Proof of Concept noch erreicht? Oder liegt das noch vor dir? Also ist das Produkt schon fertig? Bist du schon markteintrittsfähig? Oder wann wird es sein? Und dann auch zu erzählen, wie du die Ziele der nächsten drei, vier, fünf Jahre oder sieben Jahre dir vorstellst? Und anhand welcher messbaren Kriterien du das überprüfen willst, dass du deine Ziele erreicht hast? Also mache dir hier einen kurzen Gedanken über deinen Finanzplan, wie du diesen in diesen nächsten Jahren vorstellst und was die Kriterien sind und Belege auch. Vielleicht hast du schon betriebswirtschaftliche Auswertung, vielleicht hast du schon Kennzahlen, vielleicht hast du schon Traffic und andere Analysedaten da, die aufzeigen, was du bisher schon erreicht hast. Das alles führst du hier in den fünften Punkt zusammen. Beim sechsten Punkt, nun, da geht es um den Kapitän, um die Offiziere, um die Unteroffiziere. Es geht also um dich und dein Team. Denn hier wollen die Investoren wissen, wie weit du schon in deiner Persönlichkeit gereift bist. Wenn du denkst und glaubst und auch referierst, hier beim Pitch, dass du alles kannst und alles im Griff hast, nun, dann bist du relativ unglaubwürdig, denn nahezu alle Menschen wissen inzwischen, dass sie auf Ergänzungen ausgelegt sind. Du wirst deine Schwerpunkte haben auf Strategie oder Sales oder Umsetzung oder Administration. Es gibt wenig Menschen, die alles können und selbst wenn du alles könntest, hast du nicht an allem Interesse und selbst wenn du alles könntest und an allem Interesse hast, hast du nicht die Zeit, alles zu tun, besonders wenn du wächst. Deshalb stelle hier vor, welche Kompetenzen welche Person in deinem Team abbildet. Nun, das Beste ist natürlich, weil es vier extreme Kompetenzfelder gibt als Unternehmer, also menschenorientiert, direkt und indirekt, aufgabenorientiert, direkt und indirekt. Das Beste ist, wenn du nicht vier Personen hast. Aber das Sicherste sollte sein und das Beste für dich, dass die Kernkompetenzen, die du brauchst, die Branchenerfahrung, dass die auf jeden Fall genauso vorhanden sind wie die kaufmännischen Erfahrungen und natürlich, dass du jemanden hast, der sich mit Menschen, mit Kundengewinnung und Marketing auskennt. Das alles bildest du hier im sechsten Punkt ab hinsichtlich deines Kernteams. Dann brauchst du aber natürlich noch deine Unterstützer, deine, dein Brainchast, dein Beratungsteam. Hast du Steuerberater, hast du einen Anwalt, hast du einen Notar, hast du eine Marketingabteilung, hast du jemanden, der dich als Unternehmerpersönlichkeit coach oder als Mentor begleitet, ein Business Angel oder ein externer Berater oder ein Investor. Nun, all das stellst du hier so vor, dass der Zuhörer weiß, Mensch, egal welches Problem der hat, der braucht wie Henry Ford nur auf seinen Schreibtisch auf eine Taste zu drücken für Recht und dann kommt der Anwalt rein, dann nehmen die Taste für Steuerberater, dann kommt der Steuerberater rein, hat er eine Marketingfrage, nun, dann ruft er Müller an oder schickt am Meier eine WhatsApp und dann kommt die Person rein. Also hier überzeuge, dass du gut aufgestellt bist hinsichtlich von Ratgebern, denn hier zeigst du, dass du verstanden hast, dass ein Unternehmer nicht alles wissen muss und alles können muss, sondern nur wissen muss, wo er das Wissen herbekommt und wie er ein Team aufbaut, die dann die Kompetenzen zusammen abbilden. Wie du nun dein Team vorstellst, nun, das bleibt dir überlassen, ob jeder selbst kurz einen Satz zu sich sagt, sich vorstellt, ob du ein Bild oder ein Videoclip zeigst, wo alle kurz auftreten und du das in deine PowerPoint-Präsentation einbringst, das bleibt dir überlassen. Wir kommen jetzt zum siebten Punkt, nämlich zum Punkt der Finanzierung und hier geht es wieder um drei Bereiche, um die Vergangenheit, um Ist und die Zukunft, das heißt, was wurde bisher schon finanziert? Wenn du 100.000 Euro investiert hast aus Eigenmitteln oder an Eigenleistung, dann stell das hier klar. Dann sagst du dich, was du jetzt gerade heute als Kapitalbedarf hast und auch wie du dir das vorstellst, dass dieser Finanzierungsmittel sich zusammensetzen sollte und dann natürlich einen Ausblick über die nächsten drei bis sieben Jahre, die du brauchst, um diesen Markt schnell auch zu erobern. Wenn Investoren wollen, nicht nur wissen, ob sie heute 100.000 Euro investieren, sondern was weiterhin bei den nächsten Finanzierungsrunden so circa erwartet wird, um die anderen Märkte zu erschließen. Also hier auch keine 44 Tabellen Excel vorlegen, sondern ein Konzentrat auf einer Timeline. Geschehen, Gegenwart, Zukunft. Und deine Aufgabe ist, das auch vielleicht in einer kleinen Geschichte so darzustellen, als wenn es vielleicht schon erledigt ist, dass du dir deiner Sache sicher bist, dass das so sein wird. Du kannst natürlich bei der Finanzierung auch noch darauf eingehen, dass du auch Crowdfunding oder andere Finanzierungsmittelgeber noch einplanst oder Beteiligungsmodelle. Kommen wir nun zum letzten Punkt, nämlich zum Thema Abspann. Das heißt, dein Schluss. Und hier gibt es eine ganz wichtige rhetorische Regel. Das ist die sogenannte Peak, das ist die Spitze und End Rule. Das bedeutet, dass beim Zuhörer auf dem Pitchamt zwei Sachen in Erinnerung bleiben. Das Highlight, emotionales Highlight, Klimax auch genannt, und wie du endest. Also rausche nicht einfach aus dem Vortrag raus, so ich habe es geschafft und dann noch vielen Dank, dass sie alle zugehört haben und wenn jetzt noch Fragen sind und so weiter, die Fragerunde gibt es meistens sowieso hinten dran moderiert, sondern mach dir hier Gedanken, wie dein Abspann funktioniert. Und in der Regel endet der mit einem Appell, mit einem Aufruf, mit einer Botschaft, ein Call to Act. Denn auch hier hast du die Chance, wieder zu demonstrieren, dass du Unternehmerpersönlichkeiten und Fähigkeiten hast, dass du also auch hier dir bewusst bist, dass es letztendlich auch um einen Verkauf, um Überzeugen gilt. Denn wenn du schon die Investoren nicht überzeugst, wie willst du denn die Massen und Millionen an Kunden überzeugen? Nichts ist peinlicher, als wenn du auch deine Kontaktdaten vergisst, zu geben. Also wer ist Ansprechpartner? Wer ist Rechtsforminhaber? Wer ist das Organ? Wer ist Geschäftsführer? Wer ist der Kontakt, an den dann die Investoren herantreten sollen? Und ich lade dich ein, auch eine Frist mitzuteilen. Liebe Investoren, wir haben einen Finanzierungsbedarf von 10 Millionen. Wir haben bereits 5 Millionen zusammen und noch 3 Millionen öffentliche Mittel, die auch schon zugesagt worden sind. Wir haben also 2 Millionen und freuen uns, wenn wir das vielleicht auf 4 Investoren verteilen können. Wir sind heute, wie Sie sehen, rechts und links 30 Investoren. Wir können allerdings nur mit 4 zusammenarbeiten und daher empfehle ich Ihnen, sollten Sie Interesse haben, bei uns an der Werteschöpfung des Unternehmens, Entwicklung, an dem Wertewachstum teilhaben zu wollen, mit Ihrem Investment und auch persönlich sich einbringen zu wollen, nun dann lade ich Sie ein, sich bis zum 31. Januar des Jahres bei uns zu melden. Dann schließt es bei uns die Investorenrunde und wir werden dann entscheiden, wem wir dann auch als erstes in die Finanzierungsrunde mit reinnehmen wollen, wo wir unsere Bücher dann auch offenlegen. Also entscheiden Sie sich heute bis zum 31. unter den angegebenen Kontaktheiten bei uns zu bewerben. Also trau dich auch, wenn du vorne stehst, eine Frist zu nennen. Trau dich, den Spieß umzudrehen, denn du bist jemand, der aus seinen 100.000 Euro, die auf der Sparkasse mit Strafzinsen vielleicht versehen sind, aus diesen 100.000 Euro vielleicht eine Million oder 10 Millionen zu machen. Du hast also etwas zu bieten und bist kein Bittsteller und deshalb kommt das hier zum Schluss auch rüber, dass du ein Angebot machst für die Investoren und dass du dir da auch eine Frist setzt, mit der du dann professionell auch entscheiden kannst, welchen Investor du reinnimmst. Und wenn du das Ganze abschließt mit einem Satz, das größte Risiko, liebe Investoren, ist es, kein Risiko einzugeben. Das größte Risiko ist, dass sie diese Chance verpassen und ihr Nachbar links oder rechts die Chance genutzt hat. Sie entscheiden selbst, wie sie es dann fühlen, wenn jemand anders die Chance genutzt hat. Ich freue mich, wenn Sie unsere Investor werden und auch eine gute Zusammenarbeit. Entscheiden Sie sich heute und dann kommt der Abschlusssatz, den du auswendig gelernt hast. Und das vielleicht, genauso wie den Einstieg, ist dann auch zu trainieren, ist zu üben. Du solltest das auswendig lernen, dass das dann auch sitzt. Kommen wir nun zum neunten Punkt, zum Performance-Punkt. Was kannst du nun tun, um zu üben? Nun, ich würde jetzt kein Vollmanuskript empfehlen, dass du hier zu deiner PowerPoint-Präsentation mit neun oder zehn Folien, dass du da einen Text zu schreibst und das auswendig lernst. Nein, ich denke eher, es macht Sinn, dass du dir für jede dieser Themen, dir zumindest drei Informationsbausteine zusammensetzt. Nämlich einmal, immer eine Einleitung, eine Eröffnungsfrage Frage oder Formulierung, zweitens die Zusammenfassung des Inhalts und die Klärung und drittens dann die Überleitungsfrage zum nächsten Thema. Bitte mach nicht den Fehler, dass du die Information an die Wand wirfst und dann alles vorliest. Es hört dir sowieso keiner zu, weil das Auge bei den meisten zu 80% dominiert in der Wahrnehmung. Das heißt, sie lesen erstens und zweitens schneller, als du reden kannst. Also beachte das in deiner Präsentation, auch Pausen zu machen, wo der andere Rest liest. Zusammengefasst ist das, das Tutorial für dein Pitch Deck. Das war gerade ein Beispiel. Du liest, ich mache die Zusammenfassung und vielleicht erhebe ich noch die wichtigsten Schwerpunkte und kläre diese. Das zweite, was du machen darfst, ist natürlich, ein Video aufzunehmen und dir das anzugucken und mit einem Profi-Coach für Rhetorik und Körpersprache auszuwerten. Denn es gibt einige Dinge, die deine Präsentation zerstören können. Ob es der drehende Stift ist mit der Kappe, die du ständig in der Hand hast. Ob das dein Klatschen der Hände ist oder dass du die in der Tasche hast oder dass du irgendwie schief dastehst. All das kannst du trainieren. Das ist eine reine Fleißsache und natürlich eine Informationsbeschaffung, wie man es korrekt macht. Und dann natürlich das dritte ist, ist dir eine Routine, dass du das 20, 30, 40, 100 Mal zu Hause übst. Vom Spiegel, vor der Wand, vor unbekannten Menschen und dass du dann dir auch Rückmeldung holst und dann besser wirst. Und zum Schluss natürlich ist auch deine mentale Einstellung wichtig. Dass wenn du nach vorne gehst, den Pilz schältst, dass du mental stabil bist. Und das kannst du am besten dadurch, indem du über eine Person nicht nachdenkst, nämlich über dich. Wenn du über dich nachdenkst, hast du meistens verloren. Dein Zustand ist im freien Fall. Denke lieber über die Menschen nach, denen du die Probleme lösen wirst. Denke über die Investoren nach, die aus 100.000 Euro 10 Millionen gemacht haben. Also denke darüber nach, was du anderen gibst. Triff die Entscheidung, dass du andere magst oder gar liebst und dass du ihnen was mitgebracht hast, dass du derjenige bist, der jetzt etwas zu geben hat. Und wenn du das im Fokus hast, das Thema steht, mental eingestellt bist und wenn dein Körper, genauso wie jedes Spezialkommando, immer wieder die Extremsituation trainiert hat, also nichts Neues passiert, nun, dann bist du 100%ig vorbereitet und ich denke, dass du dann deine Ziele auch erreichen wirst. Nun, es ist Fleißarbeit, aber denk auch daran, dass dein Pitchen nicht aufhört bei der ersten Pitchrunde. Du wirst weitere Finanzierungsrunden haben. Du wirst Mitarbeiter überzeugen müssen. Du wirst deine Kunden überzeugen müssen. Schließlich wirst du Content produzieren, Öffentlichkeitsarbeit machen, Interviews geben, Pressearbeit machen. All das kommt sowieso auf dich zu. Das heißt, diese Kompetenz, die du hier erwirbst, nun, die ist Chefkompetenz, kannst du nicht delegieren und sie wird dir der Rest des Lebens viel glückliche Momente bereiten. Solltest du Fragen haben für deinen Pitch, kannst du gerne uns als X-Group kontaktieren und ein kostenfreies Erstgespräch machen. Wir helfen dir sowohl bei der Erstellung aller Pläne, Finanzpläne, Unterlagen, Pitch-Deck, Wir helfen dir aber auch beim Performance-Training, denn wir haben bei uns im Unternehmen, im Institut, auch einen Rhetorik-Club, der spezialisiert ist auf Social Media Marketing, Video Marketing und wo wir auch die Pitches von unseren Klienten auch performen und überprüfen und trainieren können. Du hast also auch hier die Möglichkeit, erstmal risikofrei deinen Pitch vorzutragen und von einer unbekannten Gruppe die Rückmeldung zu bekommen, wie gut du performt hast. Gerne kannst du aber auch unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß und Freude dabei, deine Vorstellung der Zukunft zu teilen und andere Menschen mitzunehmen auf deine Reise zum Erfolg. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.